RPI virtuell lädt in diesem Jahr zu einer Fachtagung ein, und zwar vom 7. bis 9. Oktober 2011 im PTI in Drübeck. Die Fachtagung hat einen besonderen Charakter. Es wird ein Barcamp in diesem Jahr stattfinden. Diese sogenannte Unkonferenz organisiert sich vor allem dadurch, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Inhalte mitgestalten. Und dazu lade ich recht herzlich ein. Es gibt eine Internetplattform, rallycamp.mixt.de, unter der man sich informieren und anmelden kann. Und wir freuen uns über alle, die mitmachen. Bis zum nächsten Mal.